das war nicht wonach es klang sorry aber das war es nicht irgendwie vielleicht habe ich auch zu viel gequatscht etwas luft stieg hoch ist jetzt hier immer noch in meiner kartenverwüstung schlechthin ihr lieben september legung hier informations video falls jemand eine privatlegung haben möchte für seinen prozess der energieanalyse nenne ich das mal und es ist ja wichtig dass ihr selbst vorankommt irgendwas lag mir noch auf der zunge wie witzig miranda was wollte ich sagen wollte möchte aber nicht raus ja naja dann oh oh wie mit aufgefallen ist ich sitze heute mal mit beha da liebe grüße an birgit war das birgit oder brigitte brigitte erst wart karin im bällebad jetzt ist es brigitte bitte zum bällebad so wir starten ihr lieben viele neuen werden oder viele neue ihr könnt das nicht verstehen sind zu insider im laufe der monate hier auf dem kanal weil man sich beschwert hat ich würde keine bhs anziehen das ist ein piepschuh bei mir ja bei mir kriegt man eben alles ihr lieben um die allgemeine botschaft familie freundschaft liebe betreffend auch hier bitte den verstand nicht durch die karten verlieren sondern einfach nur eure impulse bestenfalls wieder aktivieren und benutzen ja hier hier ist jemand in deinem umfeld ich weiß aber nicht ob du es mitbekommst hier kreist jemand in deinem umfeld rum ich glaube der würde gerne kommt aber nicht so richtig ran wie man sich das gerne vorstellen würde könnte du hast hier eine energie die faszinierend ist ritter der stäbe ist ja immer so der sehr dominante in der sonnenseite aber auch auf nett angenehm getrimmt jetzt haben wir hier eine schattenseite und irgendwie kommt eine energie auf dich zu oder ist in deinem umfeld kann auf arbeit sein ja freundschaft liebe familie energien verlässt das haus und denkst dir so ja was wollen die alle von mir vielleicht ist es gerade zurzeit wirklich ein bisschen sonderbar für dich oder auch auffällig geworden dass du hier konfrontiert wirst vielleicht kriegst du auch komische sätze hinterher geworfen oder auch so billige flirt sätze kann ja auch sein so ey schnecke oder frauen sind da mittlerweile auch nicht mehr besser da die frauen die haken wirklich in der welt aus die bilden sich irgendwelche sachen ein und du wirst auch die energie nicht los genau das ist es einfach ob man oder frau ja spielt gar keine rolle ihr seid das geschlecht ihr wisst für wen ihr guckt es ist so eine du kriegst jemand nicht abgeschüttelt und es könnte sein dass sich hier jemand befindet der sich mehr einbildet als du wahrnimmst ja oder als ob du ich weiß nicht wie ich das beschreiben solche ist jemand auf jeden fall sehr komisch unterwegs lässt nicht locker aber spürt irgendwie eine energie und du hast aber auch so eine sogenannte energiebremse ja du kriegst es schon mit und kannst es auch handeln vielleicht sind es auch gerade menschen die du nicht so unbedingt möchtest die vielleicht deine signale falsch verstehen oder die einfach auch also eine kleine besessenheit steckt hier schon drin ja und das kann sich oh ich habe die karte vergessen die muss wieder rein das kann sich darauf auswirken dass man eben in diesem punkt sehr aggressiv oder auch sehr verneint reagiert ja und du weißt für dich immer nee da verwechselt jemand irgendwie energien oder hat es auf dich abgesehen auf einer sehr stressigen art und dieser mensch und dieser mensch der der will an dich ran ja kann es aber nicht zeigen man zeigt er so eine schwierige energie weil du hast irgendwas anziehen das der ritter der stäbe ist eine sehr anziehende energie aber im schatten eben auch sehr lästig ja es könnte sehr lästig wirken oder dazu kommen dass du hier jemand versucht abzuschütteln oder auch von anderen hörst du hättest hier irgendwas unternommen was überhaupt nicht den tatsachen entspricht ja und da ist es auch das gegenstück hier ist haben wir schon alles rausgequatscht es ist der grund du bist mit königin der stäbe mit jemandem konfrontiert was man haben möchte ja das könnten eben auch diese flirt ansätze sein die du nicht ganz verstehst oder auch nicht willst aber auf einer sehr komischen aggressiven art und weise ja es könnte sein dass hier so eine energie hinter steckt dich beleidigen zu wollen oder dich schon beleidigt aber man will eigentlich das vorgeben ja und du steckst hier in einer energie sehr empfänglich für den anderen der dir aber hier nicht gut tut offensichtlich es könnte auch wenn es jetzt auf berufe könnte es sein dass sich unbedingt jemand möchte oder wieder wie sagt man wie man es will nee so gott es will keine ahnung fehlt manchmal meine sprache es kann auch sein dass man dich unbedingt hier im team haben möchte oder dort im feld haben möchte und du bist vielleicht euphorisch aber merkst trotzdem immer wieder so eine mitschwingende energie nee irgendwas fühlt sich eklig an oder komisch an es ist irgendwie etwas unpassendes aber trotzdem etwas reizvolles aber dieses reizvolle würde ich heute zu dir sagen passen wir ein bisschen auf weil dieses reizvolle ist wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft oder störend du merkst irgendwie es passt schon wieder nicht das geht schon wieder in so eine toxische ebene ja wenn du da schon wieder impulse bekommst dass dir irgendwas nicht zusammenpasst dass du dich vielleicht zu viel auf jemanden eingelassen hast und gar nicht das beabsichtigt hast was der andere möchte aber wie gesagt das ist hier so eine extreme energie ja man man will dich von irgendwas überzeugen oder reinholen aber mit einer ganz un empathischen oder auch unbequemen art und weise und das müsstest du ich wünsche es ja keinem ja das ist ja die energie ist kann heute auch sein dass es für niemanden passt aber dann müsstest du aufpassen wie sich das anfühlt ja es müsste sich wirklich sehr unbequem dann anfühlen wenn du weißt was hat man davor ja warum verdreht man hier vielleicht die tatsachen du bist hier gerade nicht so geschützt du musst selbst auf dich aufpassen ja da will jemand oder etwas dich unbedingt reinhaben weil diese stabenergie von euch beiden ergänzend sein könnte aber es bricht irgendwo ja es passt trotzdem nicht gut zusammen wir gucken uns mal den menschen an wirkt ein bisschen unbeholfen ja wir haben wir den pagen der stäbe es könnte hier wirklich darauf hinlaufen dass man hier botschaften auf dich zukommen lässt oder zu dir kommen lässt dass man sich ein bisschen unbeholfen und schüchtern anstellt aber eben genau das ist es nicht ja es ist so dieses was du dann merken müsstest fühlt sich komisch an alles mit starb alles feuer energie hier versucht sich jemand vielleicht auch im anderen licht darzustellen kleiner als man ist oder sehr verletzlich bekommt daraufhin komplimente oder auch zu klatschen zuweisung und so eine art so ging es mir auch und du arme du arm mehr man punktet hier mit einer kindlichen energie um bei dir ranzukommen aber diese energie dürfte sich dann sehr verschoben anfühlen ja nicht gerade angenehm die sorgt wirklich für für tiefen für höhen und tiefen versöhnung dann wieder krach in unmittelbarer nähe umso mehr ihr miteinander zu tun habt oder du auf dieses energiefeld zuläufst umso unangenehmer wird es und man rät dir auch hier die finger wegzulassen ich weiß ja gar nicht was das heute ist man rät dir hier die finger wegzulassen von person oder diese ein person oder von diesem feld wo du merkst da vielleicht hat man einschleimkünste ja vielleicht hat man sich leicht in dein energiefeld reingeschlichen um ratschläge von dir zu bekommen weil man sich eben kleiner macht als man denkt es kommt mir so so trickreich vorher man will unbedingt an dich ran hier ja man man lässt nicht ab es spielt auch gar keine rolle ob ihr eine frau der mann seid in diesem prozess es ist so du hast etwas sehr bestimmtes und etwas sehr weiches an dir und hier drückt sich jemand rein in diese linie aber total ja es ist es entspricht nicht den tatsachen die du hier aussenden ist ja du sendest ja als königin der stäbe was ganz anderes aus hier geht es irgendwie in die falsche richtung hier wird jemand gelenkt der deine signale irgendwie falsch verstanden hat so könnten wir das vielleicht stehen lassen und für dich gilt heute hier fasse das nicht an ja behalte mal lieber dein augenmerk auf die wirklich falschen personen auf die wirklichen personen die die wirklichen probleme haben du bist hier in diesem energiefeld irgendwie mit drin ja du weißt wie dieser mensch tickt oder dieses feld generell mit mehreren menschen du gehörst da für mich heute nicht rein du solltest hier wirklich deine kraft das ist wieder so dein schild dein aushängeschild ein preis steht noch nicht drauf niemand weiß wie viel du kosten würdest energetisch gesprochen deswegen testet man sich ran ja wie funktioniert deine linie wie funktionierst du für was bist du gut für was könnte man dich gebrauchen man braucht dich auf jeden fall für irgendeinen prozess aber vorsicht also jetzt nicht großartig vorsicht sondern alles in verbindung hier bitte sehen ja für andere bereiche spreche ich hier nicht fasse das nicht an man weiß dass du sehr viel hier reingeben würdest ja also mit 8 der kälte mit 8 der münze entschuldigung würdest du sehr viel reingeben dein fleiß man weiß du bist eine fleißige person die vielleicht sogar gebraucht wird für ideen umsetzung kreativität vielleicht will hier ein mensch durch dich vorwärts kommen wüsste dass man mit dir vorwärts kommt aber es ist für dich nicht passend ja hier liegt etwas es könnte deine tücke werden dass du hier wieder viel zu viel machst und das riecht hier jemand ja hier weiß jemand dass du auch von irgendeiner sache ahnung hast oder von dem gebiet fasse das nicht an weil man will an deinen sogenannten fleiß du bist hier nicht zu fein nicht zu schade du würdest die ganze energie für diesen menschen oder für diesen beruf hier reinstecken man hat hier den riecher dafür dass du unentbehrlich bist als person ja und man heftet sich wirklich sehr streng an an dich ran es ist eine wirklich penetrante energie heute ich weiß nicht wie es sagen soll ja es kommt noch für euch muss ja nicht für jeden es kann die tendenz sein oder jetzt auch gerade aktuell es ist eine penetrante energie wo man aufpassen muss dass hier jemand nicht das ganze überdramatisiert ja und du hast dir gar nichts bei gedacht du wolltest vielleicht nur eine leichte energie fühlen oder wunderst dich was entpuppt sich denn bitte hier draus dieser mensch war doch so verletzlich ist er ja auch aber das was hier entsteht ist wie ja als ob du wieder erkennst du hast hier wieder zu viel gemacht eigentlich das typische in deinem leben fass hier nichts an oder stoppe die energie wenn du sowas merkst oder fühlst von was ich gerade spreche bei dir du hast hier wieder zu viel gemacht als nötig wäre du hast hier wieder voll die vollen genommen sehr viel ideen mit reingebracht wahrscheinlich man merkt du bist wichtig ja du bist von wichtigkeit aber die energie zieht einfach durch eure starbenergie dieser ritter der stäbe zieht und bleibt einfach bei dir dran wie eine penetrante wie so ein virus ja wie so eine penetrante laus du hast die schönsten haare bei dir fühle ich mich wohl im kopf ich setze dir auch läuse in den kopf es ist wirklich nicht schön und man hat probiert sich ganz langsam mit ich verstehe dich und mit diesem liebes geraspel ja man hat sich wieder eingekriegt oder gefangen von irgendeinem trip von irgendeinem trip ja ritter der stäbe der hatten trip von irgendeinem spirituellen sucht trip je nachdem energetischem trip konnte man sich immer wieder bei dir einschleichen oder es kommt dazu aber dann werdet ihr das ja man dann werdet ihr das ja eh merken ey ich würde euch so gerne meinen boden zeigen ihr würdet euch todlachen habe ich in einer großen legung erzählt ich bin heute hier reingekommen meine ganzen karten sind umgefallen als ob hier wirklich ein tier drin war das ist kein scheiß aber wenn ich jetzt ein bild anhänge dann müsste ich das ganze video bearbeiten und dann nochmal umwandeln da war jemand sauer ja hier fühlt jemand was bei dir zu holen ist liebe emotion emotion heute ist corazon ganz stark im kommen emotion man dich braucht man zur heilung man dich braucht man zur heilung es kann aber auch heißen frau dich braucht man zur heilung pass auf was das hier wird ja und deswegen ist man hier so penetrant bei dir dran du hast irgendwie etwas ausgesendet was nicht den tatsachen entsprach du hast irgendwas ausgesendet was diese person falsch verstanden hat und hier ist es auch ja du hast nichts ausgesendet in deinen worten du würdest sagen nein du hast hier etwas falsch verstanden das meinte ich nie oder das habe ich nie gesagt hier hat jemand deine energie und auch gerade du bist ja du hast ja die warnkarte bekommen fasse hier nichts an mache hier nichts mehr in diesem prozess es könnte wirklich zur schlammschlacht hier kommen wenn man das ding ausreizt man weiß dass man dich immer wieder zurückbekommt ja denkt man fühlt man 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 triggert dich man fängt an hier irgendwie kleine spielchen zu beginnen lasset die spiele beginnen ja mit page der stäbe es ist so eine energie tut man einfach wehleidiger aber man hat auch hier so die bestimmung einfach drin dass man wüsste wie du zu leben hast oder wie du zu sein hast oder was du denkst ja man will dir schon fast irgendwie den glauben oder deine energien aufdrücken dass hier dieser trip breiter trittbrett fahrer reiter über dich mehr wüsste als du selbst über dich ja das ist eine sehr gefährliche manipulation hier in diesen ähm dings ja man probiert dich selbst zu sabotieren irgendwie mach nichts gehe diesen gehe diese arbeit nicht an ja mach hier nicht zu viel genau das ist es nicht dass du am ende des tages wieder sagst ja aber dafür war ich gut genug hier kommt jemand damit nicht klar dass du jemand abweist sagen wir es mal ganz ordentlich hier kommt jemand nicht mit klar dass du ihn abgewiesen hast oder abweist was hast du denn gemacht so ich würde gerne mal dein dein wesen hier beschreiben damit es noch ein bisschen enger wird was waren hier geflippt du hast gar nicht gezeigt dass du bereit bist hier für den prozess also jedenfalls nicht so was ist münzlastig ja es ist ja wirklich münzlastig ohne ende also du von deiner seite könntest hier anderen menschen selbst helfen mit deiner energie sehr hilfsbereit du streitst einfach auch so eine gewisse seite von dir aus mit drei der münzen hast du aber nicht um eine mitarbeit oder eine zusammen arbeit gebeten ja du hast vielleicht mal darüber nachgedacht aber so richtig hast du es nicht ausgesprochen dass man zusammen etwas machen könnte oder auf die beine stellen könnte du hast ideen vielleicht im kopf vielleicht auch vorgeschlagen aber das mit zwei der münzen und drei der münzen diese zusammenarbeit dieser weg dass man hier zusammen etwas neues beginnt war nicht dafür hast du nicht gestanden ja oder dafür stehst du nicht in dem moment hier hat jemand deine energie falsch aufgenommen und ich sage auch wirklich damit ihr das erkennt das ist hier niemand der irgendwie unbeholfen ist sondern das ist wirklich jemand der auch krawall macht dem ist es auch scheiß egal ob öffentlich oder anderweitig vielleicht macht man dir ja auch angst keine ahnung es ist hier jemand der will unbedingt mit seinen energien bei dir rankommen ja ähm es ist wirklich das hat nichts mehr mit körperlichkeit zu tun das ist eine andere ebene ja man fühlt sich hier gestört oder abgelehnt durch dich ich weiß nicht was hier passiert sein könnte kann man fühlt sich abgelehnt von dir und ähm bricht deswegen auch mit dem pferd so aus ja in der energie oh man ey ich hab wieder hundehaare alle in den löcher hier so also bitte wenn du damit was anfangen kannst ich weiß nicht für wen es heute ist ja abstand nicht mehr machen als nötig ähm dieser mensch scheint wirklich ein problem zu haben fehlende aufmerksamkeit fehlende anerkennung verdreht vielleicht auch tatsachen wörter gibt sachen in den umlauf die nicht der wahrheit entsprechen die du niemals von dir ähm gegeben hast vielleicht wolltest du nur nett sein ja und hier ist jemand der hat irgendwie alles in die falsche richtung bekommen und hat sich schon mit dir hier irgendwie in einem gesehen aber kontakt bestand definitiv ja auf irgendeine art und weise also es ist hier nicht zu jemand der sich denkt wir hatten hier keinen kontakt kontaktaustausch bestand hier ja definitiv dieser mensch sieht in dir ganz ganz viel potenzial dass man sich selbst heilen könnte oder heilen wird durch dich und versucht aber eher so den verletzlerischen verletzterischen verletzlichen part na sag mal den verletzlicheren part zu machen obwohl man hier irgendwie was schmiedet ja es ist so wirklich dieser schmiedeplan pass auf was du hier anfässt auch wenn es beruflich ist guck dir erstmal das Feld an ja die können alle erstmal sehr nett sein und alle von den gleichen Problemen berichten aber es ist ja immer so die Tücke ja manche testen ja auch wir decken mal den den Trittbrettfahrer hier den den äh leicht verschobenen energetischen Menschen auf der dir das Leben hier gerade oder äh zukunftsmäßig zur Hölle machen könnte aber du bist ja gewappnet du merkst ja ab wann genau das passieren könnte und wenn du es nicht fühlst ist es auch kein dann bitte nicht drauf fokussieren dass hier jemand reinkommt in dein Leben es sollte schon passen wenn du die Legung guckst oder dich zurück erinnerst wenn du so ein Gefühl bekommst ja wie ist denn dieser Mann hier aufgestellt oder diese Frau du willst auch noch was erzählen hier das ist schon wieder dieses Achtung vor hochspirituell ich weiß mehr als die anderen ja genau das ist es was ich gestern gesagt habe und heute nochmal in der großen Legung auch bekräftigt habe warum ich so bin bei dir ist es es bleibt die Münze ja du hast etwas was man auch möchte man weiß dass man mit dir vorwärts kommt mit neuen der Münzen du streitst eine sehr starke Energie aus ja man ist fasziniert von deiner Beständigkeit man will hier irgendwas haben ja und hier liegt eben jemand der ist sich nicht bewusst was er macht er würde gerne diese Person ja denkt von sich man wäre es und könnte eben hochspirituell alles wissen aber Vorsicht vor diesem Menschen ja der legt wirklich Schatten der will Menschen lahmlegen dunkel machen der will vielleicht Menschen auch erstmal dahin kriegen dunkel zu denken es liegt ja alles im Schatten will vielleicht von sich überzeugen dass man hier das Potenzial hätte ja dass irgendwann dass man dich schwach machen möchte vielleicht empfindet man hier so eine Geilheit drin ja andere schlecht zu machen oder in den Ruin zu treiben man ist hier selbst in einem Schatten und ist sich gar nicht bewusst was man macht hier liegt eure Verbindung die wird sehr interessant sein ihr Lieben euch verbindet im Bereich Art und Weise das Kommunikative eher vom Mentalen ja sehr viel Fluss sehr viel Überbewusstes findet hier statt sehr viel Sinnliches sehr viel auf eine andere sensible besondere Art hier werden verletzliche Themen kommen hier in den Raum jeder auf seine Art und Weise verletzliche Themen und dieser Mensch sucht die Bodenhaftung bei dir ganz einfach du hast so viel Münzkraft und trotzdem diese Faszination die man bei dir spürt aussehen Energie ja die ihr beim Sprechen oder beim Treffen aussendet aber es ist hier sehr auf entfernter Linie es ist keine wirkliche Kommunikation es könnte auch beiderseitig eine Ignoration stattfinden also es ist so dieses mal Ruhe mal sehr viel wieder die Ruhe vor dem Sturm was man hier wirklich so antäuscht aber für mich liegt hier ein ganz linker Vogel oder eine ganz linke Vögelin ich sag's ganz einfach hier will man auch nicht gefügelt werden ja in diesem Sinne passt einfach auf bis dann Tschüssi